Ich bin Paul Braque, Karosserieformgestellter. Ich habe bei BMW in 70 Jahren angefangen, bis 1974. Die 70 Jahre beim BMW bedeutet sehr viel. Es ist immer ein sehr schöner Spruch, Freude und Fahrt. Und dieses Auto, der Fünf Grand Tourisme, zeigt diese Tradition. Es ist ein sportliches Auto, sehr komfortabel und sehr dynamisch. Es gibt einen enormen Platz für die Knie, sehr komfortabel wie ein Rollsrolls. Und trotzdem dieses sportliches Gefühl. Man spürt sofort, dass dieses Auto von innen nach außen gebaut ist. Erst kommt der Mensch, seine Komfort, seine Freude und Fahrt. Und dann kommt die Karosserie rundherum. So muss das sein. Ich habe den ersten Fünf-Rei-Entwurf angefangen, Anfang 70er Jahre. Die Idee war ein Sprung in die Zukunft, um die 1500 mit etwas gestreckten Linien, aber trotzdem nicht Aggressivität, eine gute Sicht. Und natürlich die Nieren und die zwei Doppelchenwerfer. Es muss bleiben eine BMW. Weil ein Auto muss einen Unterschrift haben. Ich möchte sagen, dass wenn man ein Stil ist bei einer berühmten Firma wie BMW, man muss immer respektieren das Image der Marke. Das heißt, was früh gewesen, was berühmt war. Ein Auto ist eine rollende Skulptur. Und ich habe immer probiert, eine moderne 327 Roadster zu machen. Und der BMW Turbo, wenn ich sie wieder sehe, das ist für mich ein großer Genuss. Ich habe das Auto und Kopf bis Fuß gemacht. Sogar die Räder habe ich entwerfen und die 327 Erinnerung. Ich habe die Interradverkleidung gemacht. Die Zeit war sehr kurz, sechs Monate lang. Ein fahrbares Auto. Und das hat geklappt. Das ist der erste Concept-Car in der BMW-Geschichte gewesen. Und die Zeit ist gut mit mir, weil die Form modern bleibt. Was keiner weiß, meine Frau ist immer beteiligt in meiner Arbeit. Sie hat kritisiert meine Arbeit. Sie hat mich immer begleitet. Sie liebt auch das Auto. Schauen Sie, diese gestreckte Linie war bei D25 schon dabei gewesen. Hier. Es ist etwas mehr modern, besser modellier. Aber dieser Streif war schon in D25. Ich habe gerne diesen integrierten Griff in diese Linie. Und kurze Eck. Etwas sehr sportliches. Das ist natürlich zum Touring eine große Weiterentwicklung. Auf Wiedersehen. Es ist ein sehr schönes Gefühl. Und ein erstes Fünf-Auto. Bis jetzt. 40 Jahre spät bin ich. Ich sitze dran. Diese Weiterentwicklung. Und ich bin sehr zufrieden und begeistert von diesem Auto. Und ich bin sehr süß. Ich bin sehr sicher. Und ich bin sehr sicher. Ich bin sehr sicher. Untertitelung des ZDF, 2020